Herzlich Willkommen in der DORO Klinik. Viele von euch kennen mich schon. Mein Name ist Dr. Darozi, ich bin Oberarzt in der plastischen Chirurgie. Spezialisierung für die Schönheitschirurgie war immer schon mein Traum und mit dem klaren Ziel habe ich mich damals für das Medizinstudium entschieden. Schon während meinem Studium habe ich alle meine Freizeiten in der chirurgischen Station der DORO Klinik verbracht. Es gab dort ein tolles Team mit hervorragenden Chirurgen und plastischen Chirurgen, von wem man alle kleinen Tricks und Tipps lernen konnte. Die Abteilung war mein zweites Zuhause. Die Spezialisierung für die plastische Chirurgie ist ein langer und interessanter Weg. Der plastische Chirurg beherrscht zuerst die Allgemeinchirurgie mit allen dazugehörenden Notfall- und elektiven Versorgungen in allen chirurgischen Bereichen und das gibt die Sicherheit für jede Situation steuern zu können. Nach sechs Jahren Chirurgie kann man sich für die plastische Chirurgie weiter spezialisieren. Dazu gehören auch Rekonstruktionen nach Unfällen, nach Fehlbildungen oder Behandlung von Schwerverbrennungen, mikrochirurgische Eingriffe und der Mikroskop, die Handchirurgie und natürlich auch die reinen ästhetischen Operationen, die sogenannten Schönheitsoperationen. Eine Schönheitsoperation ist Kunst und die plastischen Chirurgen sind Künstler. Ihr wird nicht nur funktionell, sondern auch optisch ein schönes ästhetisches Ergebnis erzielt. Gleichzeitig ist es ein Luxuswert in der Chirurgie, weil wir darauf extrem viel Wert legen können, genug Zeit für unsere Patienten zu nehmen. Für eine Beratung und für die genaue OP-Planung nehmen wir uns Stunden pro Patienten. Unser Personal ist nicht überbelastet, so wie wir das häufig in Spitalen oder Unikliniken kennen, weil sie auch neben den geplanten Behandlungen die ganze akute Notfälle unverzüglich versorgen müssen. Bei uns gibt es keine überführte Abteilung, keine Wartezeiten. Die Patienten werden von dem gleichen klassischen Chirurg beraten, operiert und ein Jahr lang begleitet. Die Operation ist nur der erste Schritt. Der Körper arbeitet an der operierten Körperregion ein Jahr lang weiter. Daher ist die Nachbehandlung und die Zusammenarbeit sehr wichtig für ein optimales Ergebnis zu erzielen. Unsere Patienten bekommen die persönliche Handynummer von unseren klassischen Chirurgen. Daher werden sie jederzeit, wenn sie Sorgen haben, den passenden Personen, die sie am besten kennt, erreichen können. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020